Ich setz mich als Sniper bis zum von der Gruppe ab, ja. Das ist ja richtig zu tun. Hey, drin bis B290, was machst du? Zurück, zurück. Haben wir auch gesehen, aber... Ben, dann versucht er irgendwo ganz weit links rumzukommen, glaube ich. Oh, ich seh ihn. Angriffmarker. Geh mal alles komplett ein, hier zu mir. Soll ich gerade auch drehen? Ja, zu mir fahren erstmal. Kanone bleibt zwölf. Oh shit, ähm. Er guckt zu uns. Siehst du ihn? Ja, direkt auf Marker. Stopp, 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 stopp. Schön, schön in die Mitte rein. Sehr gut. Der Motor ist raus, sehr gut. Und jetzt einfach durchschießen. Knall den weg. Ja, die laufen. Die laufen wie die kleine Arten. Ja, super, gut. Ohhhh. Das stört. Yeah, we got to crumble in the north. Links, wo man durchgucken kann. Ich bin nicht als Schütze. Stopp. Okay. Warte, warte, nicht drum drehen. Ja, da. Genau, Angriffmarker. 200. Das müsste ein Treffer sein. Ja, Motor ist raus. Motor ist raus. Ein Stück weiter rechts vom Angriff machen. Aber ein ganz kleines Stück nur. Warte. Versuch's. Ich seh nix. Ich schieß dir drin. Sehr gut, sehr gut. Ich glaub die Kanone ist raus. Aber schieß nochmal. Ja, wenn die, wenn's weiß raucht, dann ist die Kanone raus. Der müsste tot sein. Ich glaub den haben wir erwischt. Zurück setzen, zurücksetzen. 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 Zwei Uhr. Zwei Uhr. Zwei Uhr. Zwei Uhr. Zwei Uhr. Hinter Bunker. Hinter Bunker. Zwei Uhr. Zwei Uhr. Zwei Uhr. Zwei Uhr. Zwei Uhr. Da da da. Stopp. Stopp. Genau da muss er an der Scheune. Wenn er uns haben will, dann fährt er da an der Scheune raus. Geschuss. Okay. Fahr vor. Fahr vor. Fahr hier raus. Fahr hier raus. Ja, Besatzung. Mach sie fertig. Fahr ein Stück. Leicht, leicht. Rechts. ja genau genau am buch bei jetzt ja der ist tot ist die kanone rauf der ist dann nicht schießen wir richten uns wieder richte dich wieder da auf 10 uhr aus der ganzer panzer da kann man schuss von vorne rechts von uns da immer auf drei uhr wieder angriffsmarker angriffsmarker panzer ausrichten panzer panzer stop da angriffsmarker daimler siehst du der ist da und ja guter schoss der ist weg okay jetzt wieder auf 9 das etwas ist da los der schuss kam von noch weiter links hinten hinter uns second second genau unter uns drehen 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 aufdrehen drehen nach rechts gut stopp 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 vor euch jetzt ja der kommt gar nicht durch tschüss ja der ist da der ist da der hat dreh dich wieder hat er ok nee der ist da der ist da der hat jetzt die heat ich blute schon wieder ich wollte glaube ich ich blute schon wieder ich wollte glaube ich ich blute Meldung auf jeden Fall nicht schlecht sonst wären wir jetzt verreckt da kam auch gleich kam auch gleich ein call durch aber da habe ich den schon gesehen genau fahren wir uns mal vor bis die straße so hoch geht und oben machen wir halt und gucken einmal runter wenn es irgendwas beschießt dann hauen wir wieder ab genau hier mal halt ja nichts zu sehen links schießt irgendwas links ist beschuss aber es sind schon vier Panzer von uns dran sollten wir eigentlich hierhin kriegen bewegung voraus rechts der straße irgendwo hier ja da schält sich was raus cromwell unterwanne treffen fernung 200 wie gesagt dann die 40er laden tiefer trotzdem motor raus sehr gut weiter die unterwanne bearbeiten der ist tot der ist tot sauber gemacht satzen bekämpfen dann genau guter schuss sauber und durch mit dem runter Kurs halten Panzer Marsch auf die Hochebene ja einfach durchbrechen jo wir haben hier schon Panzer irgendwie beschädigt da müssen wir gleich mal gucken was Sache ist auf 1 Uhr steht er glaube ich ne ist der Puma zerstört ok weiterfahren auf 1 Uhr die Wanne auf 1 Uhr steht da steht da unterwanne Kanone kaputt aussteigen ja er brennt kann nichts machen ja er brennt noch nicht doch der brennt er muss aussteigen ich reparier ja jetzt 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 komm schieß 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 unterwanne denkt dran er drückt nicht ab die Knarre ist vorne gestellig noch kaputt ruhig dich unterwanne schön der muss sitzen der Schuss hat gesessen sauber gute Arbeit so und nicht anders so alle wieder rein sau wärst ich sag doch 40er ist der Trick 40er und Unterwanne ok zurücksetzen wir gehen an die Position die wir eben hatten da ist nämlich jetzt Krawall da müssen wir mal gucken da ist nämlich jetzt Krawall da müssen wir mal gucken vor uns 12 Uhr rausfahren lassen warten naja ja ja genau auf 1 rechts Stuart ja Stuart noch nicht noch nicht Feuer oh er bekommt der dröscht jetzt ja ich kann den Vorteil Vorhalt jetzt aber der ist schön langsam den kriegst du noch gut jetzt einen in den Turm ja komm mal so tief nochmal 2 Uhr rechts davon 2 Panzer weiter Cromwell schön in die tief in die Wanne in die Ketten in die Laufräder schön so nochmal weiter rechts weiter rechts hinter den Turm knapp hinter dem Turm rechts so perfekt nein ab dann weiter links so wie eben einfach weiter schießen irgendwer ist gestorben das müssen wir reichen perfekt gut wenn du kannst dann ein bisschen höher minimal höher ja ja sauber Stuart ist tot gut weiter schießen für die Cromwell mit der 39er sehr schön ich bin tot Infanterie irgendwo links egal naja lass sie machen wenn sie sonst kein Panzer tot kriegen der Cromwell ist im Prinzip tot die ganze stehen lassen ja ok ich gebe mal auf dann können wir Stellung mal räumen ich spawne im Osten weil der Punkt ist gerade gefallen da können wir mal gucken ja nochmal ein Turm geschossen so jetzt ja ne der war schon das ist gerade jetzt gut gemacht wenn du weißen Rauch siehst eigentlich dann ist er tot wir haben viele Panzer auf Central da ist was los das ist ein großes Problem hier gerade wir treffen uns am besten im Norden feindlicher Churchill Panzer auf 1 Uhr Entfernung 200 rechts jetzt weiter rechts der Marke schiebt sich vor schön unter den Turm zentral zwischen die Ketten perfekt weitermachen ja bei Mark the enemy tank it's a Churchill schön unter den Turm hämmern ja mit 39 weitermachen ja die macht die kriegst du noch du hast noch ordentlich Spiel ok den nicht mehr warum ist der vor nicht feuern der fährt den gehört aber ich seh ihn nicht mehr nicht feuern einfach warten da kommt er fährt auf uns zu genau soll ich jetzt schön weiter so probier die Kette zu treffen er hat keine Ahnung wo wir sind scheiße ich bin schon wieder tot von dem Affen auf dem Panzer Mann das geht mir so auf den Sack diese Affen die nichts zu tun haben früheren Panzer ja macht jetzt fertig ach du musst mir sagen ich seh nix einfach nein er hat keine Chancen zu flankieren im Prinzip schieß jetzt den Turm gerade ein im Turmkranz ja mach ihn fertig schieß einen im Prinzip ja ihm soll jetzt fahr auf den Turm ja jetzt geht da volle Drösche oh nein wir reingucken ja das schlimmste sind die Typen die jetzt Infanterie rumrennen weil sie nix können ja das sind echt die schlimmsten schon nervig oder ach das ist einfach nur Abuse von ja 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 Gott Vielen Dank.